Ein wählerischer Blick in mein großes, fettes Buch der Geheimsprache der Beziehungen und Liebe, Freundschaft und Beruf, Montel von Blumont, Gary Goldschneider, Just Elferes. Ich liebe dieses Buch. Ich schaue da jetzt nach, wie die Beziehung zwischen Jesus und Thomas hier beschrieben wird. Beziehungen, Stärken, Versöhnlich, Wählerisch, Friedensstiftend, Schwächen, Überkritisch, Gehemmt, Aufbrausend, Gut, Liebe, Schlecht, Arbeit. Als Beispiel Ed Harris, 28.01.1950 und Amy Madigan, 11.09.1950. Der Schauspieler Ed Harris hat in vielen Filmen mitgespielt. Darunter in Der Stoff, aus dem die Helden sind, 1983. 1983 heiratete er die Schauspielerin Amy Madigan. Sie spielten in zwei Filmen zusammen. Ein Platz im Herzen, 1984 und Alamo Bay, 1984. Sie auch Jacqueline Bessette und Alexander Goddunov, Romanze, Schauspieler im Konzert. So, die Woche der Buchstabentreue, Virgo 3 und die Woche der Unabhängigkeit, Sagittarius 1. Ein wählerischer Blick. Dieses Paar, von Natur aus lebhaft und liebevoll, wirkt auf andere Menschen attraktiv. Dabei hält es sich oft im Hintergrund und analysiert und kritisiert insgeheim und aus einer gewissen Distanz genau diejenigen, die sich zu ihm hingezogen fühlen. Das Paar legt großen Wert auf Ehre und Integrität. Noch wichtiger ist jedoch ein wählerischer und kritischer Blick auf die materielle Welt und vor allem auf Männischen. Virgo 3 fühlen sich zu dem von Natur aus ausdrucksvollen Sagittarius 1 hingezogen, Sagittarius 1 zur Anmut und kühlen Eleganz von Virgo 3. Zwar fühlen sich Virgo 3 in dieser Welt mehr zu Hause, Sagittarius 1 wissen aber zu schätzen, dass sie hier ihre eher wählerische Seite ausleben und die hohen Maßstäbe ihres Partners teilen können. Ein weiteres Thema in dieser Beziehung sind aufregende Erlebnisse und hier übernehmen Sagittarius 1 meist die Führung. Liebesaffären können sehr romantisch sein. Starke Leidenschaften sind nicht selten. Wählerische und kritische Neigungen machen jedoch nicht an der Bettkante Halt. Beide Partner sind sich überaus bewusst, wie sehr sie ihrem anspruchsvollen Partner gefallen. Die starken Gefühle zwischen diesen beiden verblassen auch in der Ehe nicht. Sie werden sogar heftiger. Solche Ehen verlaufen temperamentvoll, vollexplosive Wutausbrüche, aber auch leidenschaftliche Versöhnungsszenen. Geschwister dieser Kombination stehen einander oft extrem nahe. Sie verstehen und akzeptieren einander zutiefst. Das gilt vor allem für Schwester und Brüder. Ihre Fähigkeit, Probleme zu durchdenken und gangbare Lösungen zu finden, wird sich für die Familie als wertvoll erweisen. Häufig gelten sie als Friedensstifter. Eine Rolle, die von vor allem Sagittarius I genießen, weil sie in anderen Beziehungen häufig die Rolle des Aktivisten oder Rebellen spielen. In ihren Freundschaften und Arbeitsbeziehungen erleben die intellektuellen Sorge 3 oft Konflikte mit ihrem intuitiven Partner. Auch ihre kritischen Neigungen gehen Sagittarius I leicht auf die Nerven. Meist können sie Wirbo 3 nicht zufriedenstellend erklären, wie sie zu einem bestimmten Problem stehen. Ratschlag? Bewerten sie andere nicht ständig. Bemühen sie sich, ihre Meinung für sich zu behalten. Nehmen sie sich Zeit, zu verstehen.